Parmenides sagt, die Frauen seien wärmer als die Männer. Heraklit gebot, wenn es donnere, die Erde zu berühren, ein Gedenk der Entstehung der seienden Dinge. Demokrit bezeichnet als einzige Oberklasse der Bewegung das Vibrieren. Es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluß hinabzusteigen, so Heraklit. Empedogles sagt, in warmer Verfassung ist der Bauch Erzeuger des Männlichen. Deshalb sind die Männer dunkel und haben kräftigere Glieder und haben mehr Haare. Anaxagoras sagt, der Geist verfüge über die absolute Gewalt, sei mit nichts vermischt und ordne die Dinge an, indem er durch sie alle hindurchgehe. Demokrit sagt, das Weib ist viel rascher zu bösen Gedanken bereit als der Mann. Der Koetus, so Demokrit, ist ein kleiner Anfall von Epilepsie. Es stürzt nämlich ein Mensch aus einem Menschen heraus und wird losgerissen, indem er sich durch eine Art Schock abtrennt. Es ist eine schwere Aufgabe, so Heraklit, dem Mut Widerstand zu leisten. Worauf er seinen Sinn richtet, das kauft er mit dem Leben. Pythagoras sagt, der Klang von angeschlagenem Erz sei die Stimme einer im Erz eingesperrten göttlichen Macht. Und wenn die Winde wehen, sollst du das Rauschen verehren. Demokrit verwirft manchmal das, was den Sinnen erscheint und sagt, nichts davon erscheine wahrheitsgemäß, sondern lediglich der Meinung nach. Wahr sei bezüglich der seienden Dinge nur, dass es die Atome und das Leere gebe. Heraklit sagt, verständig sein ist die wichtigste Tugend und die Weisheit besteht darin, das Wahre zu sagen und zu tun in Übereinstimmung mit der Natur, im Hinhorchen. Es ist allen Menschen gegeben, sich selbst zu erkennen und vernünftig zu sein, so Heraklit. Empedokles, die Göttin mit fremdartigem Fleischhemd, die Seelen umkleidend. Auch wenn einige Fragmente der Vorsokratiker eines gewissen poetischen Humors nicht entbehren, Die Thesen, Intuitionen und Fantasien der ersten griechischen Philosophen aus dem 6. und 5. Jahrhundert werfen bis heute grundlegende ethische, wissenschaftliche und erkenntnistheoretische Fragen auf. Alle Richtungen der griechischen und abendländischen Philosophie wurden in dieser dichten Zeit vorgeprägt. In einer schnellen Folge selbstständiger Geister begann das rationale Fantasieren, vor allem über ein Urprinzip oder den Urstoff alles Seienden und des Kosmos. In individuellen Gnosen kam es zur Abwendung von den religiösen Bildern oder auch Bildergeschichten. Der Blick für die natürlichen Prozesse kam in den Vordergrund, ohne dabei aber den Bezug zu religiösen Intuitionen zu verlieren. Die rationalen Erklärungen des Kosmos und einem Prinzip, einem letzten Unveränderlichen, blieben eingefügt in nun allerdings abstrakte, pantheistische und bei Xenophron auch monotheistische Theologien. Die Fragen nach den Archai und Aitiai, den Prinzipien und Ursachen, sind schon in der homerischen Religion, der Orphik und den Mysterienreligionen in vorphilosophisch gestalthaften Bildern berührt worden. Das wirklich Neue bei den ersten philosophischen Denkern ist, dass sie als individuelle, unabhängige und freie Geister ihre intuitiven, fantasievollen Behauptungen aufstellen, an dem Erfahrbaren reflektieren oder durch rein vernunftmäßige Schlüsse zu beweisen suchen und dass dies dann zunehmend in einem immer weiter ausgreifenden, direkten und genealogischen Dialog stattfindet. Warum dieser plötzliche und heftige individuelle Aufbruch? Mit dem Begriff der Achsenzeit der Weltgeschichte weist Karl Jaspers auf die gleichzeitigen philosophisch-religiösen Entwicklungen in verschiedenen Kulturkreisen hin. Das Auftauchen des Buddhismus und des Jainismus in Indien, des Lao Tse und Konfuzius in China, des jüdischen Monotheismus und Zarathustras und impliziert damit die Frage nach einem hintergründigen Programm einer zwangsläufigen Entwicklung in der Geistesgeschichte der Menschheit. Doch so etwas wie ein prozessierender Weltgeist. Ein schwieriges Feld. Zumindest für die Akme, aber die Blüte des Geistes bei den Vorsokratikern kann man mit Bestimmtheit sagen, der lebendige Austausch zwischen den Kulturen, das Zusammentreffen und Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen hat eine entscheidende, eine unschätzbar positive Rolle gespielt. Die Geburtsorte der ersten griechischen Philosophen, das waren fast ausschließlich die jungen griechischen Kolonien an der kleinasiatischen, ionischen Küste, der heutigen türkischen Ergäes-Küste. Diese offenen Handels- und Hafenstädte wie Milet, Kolophon und Ephesos und später auch die italienischen Stadtgründungen der Griechen mit ihrem libertinären Charakter, der Polyis, der Möglichkeit der freien Rede, der Tatsache, dass es keinen mächtigen Priesterstand gab und vor allem mit ihrem Zusammentreffen vieler verschiedener Denkweisen, Lebensformen und religiösen Vorstellungen waren die Bühne für die Frechheit des freien Geistes. Wo viele Glaubensbekenntnisse mit ihrem absoluten Wahrheitsanspruch aufeinandertrafen, konnte leicht der Zweifel an allen sich breitmachen. Eine Relativierung der kanonischen Traditionen gab Raum für das Einsetzen einer rasch evolutiven Denkkultur, getragen von der Chuzpe individuell eigenständiger Geister. Von den Anderen lernen, das ist auch als ein ausdrückliches Movens in den Biografien der Vorsokratiker, aber auch schon bei Solon erkennbar. Nach anfänglichen Studien standen meist ausgedehnte Bildungsreisen vor allem nach Ägypten, Mesopotamien und wie im Falle des Demokrit bis nach Indien auf dem Programm. Friedrich Nietzsche aus »Die Philosophie im tragischen Zeitalter« der Griechen Alle jene Männer sind ganz aus einem Stein gehauen. Zwischen ihrem Denken und ihrem Charakter herrscht strenge Notwendigkeit. Es fehlt für sie jede Konvention. Sie alle sind in großartiger Einsamkeit als die einzigen, die damals nur der Erkenntnis lebten. Sie alle besitzen die tugendhafte Energie der Alten, durch die sie alle späteren übertreffen, ihre eigene Form zu finden und diese bis ins Feinste und Größte durch Metamorphose fortzubilden. Denn keine Mode kam ihnen hilfreich und erleichternd entgegen. So bilden sie zusammen das, was Schopenhauer im Gegensatz zu der gelehrten Republik eine genialen Republik genannt hat. Ein Riese ruft dem anderen durch die öden Zwischenräume der Zeiten zu und ungestört durch mutwilliges lärmendes Gezwerge, welches unter ihnen wegkriecht, setzt sich das hohe Gespräch fort. Hans-Joachim Störig Auf schmalem Küstensaum am Westrande Kleinasiens entlang der Ägäis hatten die Ionia, der genialste griechische Stamm, zwölf blühende Städte gegründet. Hier endeten die großen Karawanenstraßen, die aus dem Innern des asiatischen Kontinents kamen, hier wurden die von dort ankommenden Waren auf Schiffe verladen und nach Griechenland verfrachtet. Mit dem wahren Strom aus dem Osten kam die Kenntnis vieler kultureller Errungenschaften der asiatischen Völker auf diesem Wege zu den Griechen. Astronomie und Kalender, Münzen und Gewichte, vielleicht auch die Schrift, kamen aus dem Osten zunächst zu den kleinasiatischen Ioniern und wurden von ihnen den übrigen Griechen vermittelt. Die südlichste der zwölf ionischen Städte war Milet, im 6. Jahrhundert ein bedeutender Handelshafen und vielleicht die reichste Stadt der damaligen griechischen Welt. Diese Stadt, in der sich Rassen, Sprachen und Religionen kreuzten, ist die Geburtsstätte der griechischen und damit auch der abendländischen Wissenschaft und Philosophie. Die Vorsokratiker begannen, sich von der Oral Tradition zu lösen. Sie haben Bücher verfasst und in Umlauf gebracht. Nur weniges dieser ursprünglichen Schriften ist allerdings erhalten. Die meisten Fragmente der Vorsokratiker stammen aus Überlieferungen von zweiter und dritter Hand, also von späteren Autoren und Doxografen wie Aristoteles und Plato, Theophrast, Aetios und Plutarch, aber vor allen Dingen auch von dem von Hegel verachteten und von Nietzsche geschätzten Diogenes Leartios. Die Schriftstätte Die Schriftstätte Die Schriftstätte